ES-TV Videos aus der Region Hi, hi und ganz herzlich willkommen bei ES-TV. Mein Name ist Cora Birk. Wir gehen heute gemeinsam zum Buchhandlungstag bei Provinzbuch zur Lesart-Martiné mit Werner Plies und Jochen Feucht. Gelesen wird aus dem Lyrikband Gekämmte Zeiten und von Nackenpinseln und Effilier-Scheren. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Koordinaten Wagemut im Senkrechten Schnittpunkte der Tapferkeit Nur du weißt vom Werden der Winde Schnittpunkte der Tapferkeit Schnittpunkte der Tapferkeit Werner Plies, Sie sind Autodidakt, kommen aus dem wunderschönen Kinzigtal. Und jetzt darf ich nichts vergessen. Sie kolorieren, Sie malen, Sie fotografieren, Sie machen Skulpturen, Sie schreiben Romane und Gedichte. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also es gab mal eine Zeit, da war das anders. Da stand ich einfach als Unterhaltungskünstler auf der Bühne mit 15 Jahren. Aber da werde ich vielleicht nachher eine kleine Einlage bringen. Und das hat sich dann glücklicherweise gewandelt in Kunst, die halt Anziehung war und auch Lebensretter, kann man beinahe sagen. Warum haben Sie denn heute genau diese beiden Werke mitgebracht? Ja, das eine, die Kindheitserinnerungen, ganz wichtig jetzt, die sind halt entstanden über 15 Jahre, muss ich sagen, und sind jetzt publiziert worden im Popverlag in Ludwigsburg, wo auch mein Gedichtband, aus dem ich einige kleine Sachen lesen werde, zu Beginn, veröffentlicht wurden. Und die, ja, das ist so etwas wie ein Lebenswerk gewesen, also da nochmal einen Blick drauf zu werfen und all das zu verarbeiten, was da an Schönem und weniger Schönem eben vorgefallen ist und mich zu dem gemacht hat, was sie heute vor sich sehen, ja. Jetzt interessiert mich brennend, wie haben Sie denn Herrn Jochen Feucht kennengelernt? Das ist eine spannende Frage. Über die Ulrike Ehrmann. Also wir haben nur einmal telefoniert. Ich habe mich dann gefreut, ihn natürlich im Internet zu finden und habe auch auf Instagram immer einen Post mit seiner Musik halt dann begleitet. Oh, ich bin kein Oberammergauer. Nein, ich bin ein Unterammergauer. Sehen Sie, das ist mein größter Jammer. Wollte saufen mich schon in der Ammer. Doch da schwängt es mich dann noch weiter nunter. Ich alle Leute, ja, ganz nunter. Jochen Feucht steht bei mir. Sie sind eine Größe in der deutschen Jazzszene, aber auch darüber hinaus. Sie kommen aus Kirchheim und begleiten heute die Lesung mit dem Sopransaxophon. Wie kam es zu dieser Idee? Die Idee ist schon alt. Ich mache das öfters. Ich mag das total gern, spontan zu improvisieren zu anderen Genres, also Sprache oder Lyrik oder auch bildende Kunst oder die Kombination der verschiedenen Genres. Mag ich schon lang. Wenn Sie jetzt zu den Texten improvisieren, wodurch lassen Sie sich inspirieren? Das weiß ich dann, wenn ich die Texte gehört habe. Also das können Bilder sein, Gefühle. Das kann aber auch ein Sprachrhythmus sein. Das ist immer anders. Das kommt auf die Texte an. Und am liebsten mache ich es so, dass ich die Texte nicht vorher kenne und mir nicht vorher überlege, was ich mache, sondern dass es möglichst spontan ist. Also wissen Sie jetzt noch gar nicht, was passieren wird? Nein. Mega. Sie werden auch der Meister der leisen Töne genannt. Warum? Das müssen Sie denen fragen von der Stuttgarter Zeitung, der das geschrieben hat. Aber ich kann das unterstreichen. Ich mag lieber leise Töne. Ich finde es schöner und angenehmer. Und wie soll man denn sagen, da sind mehr Facetten drin in leisen Tönen, finde ich, als wenn es immer laut ist. Bei mir steht die Inhaberin von Provinzbuch, Ulrike Ermann. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Verraten Sie mir doch, was macht den Buchhandlungstag im Rahmen der Lesart denn so besonders? Ja, das ist einfach dieses Besondere, dass wir selber selbstständig eine Lesung organisieren innerhalb der Lesart. Wir machen das ja eigentlich immer, das Jahr über auch. Aber innerhalb der Lesart hat es natürlich nochmal eine andere Außenwirkung. Und die Buchhandlungen sind ja sowieso beteiligt an allem in der Lesart. Und insofern ist es schon super, dass es dieses Jahr das erste Mal zum 30. Jubiläum eben stattfinden kann. Warum haben Sie denn die Matinee als Auftakt für den Buchhandlungstag ausgewählt? Also wir sind ja drei Buchhandlungen, die da mitmachen. Der Oseander, die Zeitgenossen und wir. Und für uns, ich mache immer sehr gerne Lyrik. Ich mache auch gerne Musik. Und dann war für mich ganz klar, das muss irgendwie sowas sein, womit wir unser Profil bedienen. Und dann habe ich eben den Werner Blies kennengelernt und dann hat sich das super ergeben. Der Trautwein Schorsch fährt Vater fort. Der Trautwein Schorsch habe neben dem Dölfer gelegen, als den der tödliche Schuss des russischen Scharfschützen trat. Vater bricht in Tränen aus, beginnt zu schluchzen. Ich kenne seine folgenden Worte, die er wieder einmal kaum über die Zunge bringt. Die Beste hat es genommen und die größten Säckel sind wieder rumgekommen. Der Buchhandlungstag ist ein voller Erfolg. Die Matinee war sehr berührend mit tollen, tiefgreifenden Texten, mit einem tollen Saxophonspiel. Es hat mich wirklich sehr berühmt. Ich bin großer Saxophon-Fan. Und jetzt freue ich mich, wenn wir uns noch auf der Lesart begegnen. Und bis dahin macht es gut. Danke fürs Reinklicken. Tschüss.